Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja und heute befinden wir uns hier auf dem Berserker Server auf der deutschen Welt S39. Heute schauen wir uns mal an, was so in der Zeit passiert ist, in der Zeit, wo ich hier nebenbei so ein bisschen passiv den Berserker gelevelt habe. Und ja, ich muss sagen, es ist so einiges passiert. Wir sind Stufe 138, es geht immer noch relativ gut voran. Lag große Zeit daran, dass ich Fulltränke hatte. Ich hatte einen Flügeltrank für Geld gefunden, hatte mir dann zwei Ausdauertränke aufgespart, hatte mir dann zwei Stärketränke aufgespart, damit ich, ähm, hallo, Battlemage, würdest du dich wieder hier in den Vordergrund drängen? Ich weiß, du bist jetzt nicht der beliebteste Schaber, das heißt jetzt nicht, dass du hier jetzt hier irgendwie den Berserker ja jetzt die Show klauen musst, ja? Okay, Entschuldigung. Ja, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ich warte ja immer so lange, bis ich einen Flügeltrank umsonst bekomme, also durch das Glücksrad oder durch, ja, keine Ahnung, halt für Gold. Und dann, ähm, ja, warte ich dann so lange, bis ich dann zwei von den anderen Tränken habe, damit ich dann die sieben Tage, die denn der Trank hält, der Flügeltrank, ähm, dass ich die dann auch komplett ausschöpfen kann, weil ich ja hier mehr oder weniger Free-to-Play, Free-to-Play auf dem Server unterwegs bin. Und, ähm, ja, momentan kann ich euch sagen, stecken hier in dem Account, äh, 10 Euro, ja, mehr steckt hier noch nicht drinnen. Jetzt wird es langsam kritisch, da mein Greifendrache so langsam ausläuft. Das bedeutet so viel, wie ich muss 25 Pilze investieren, plus ich muss noch versuchen, meine Alu irgendwie noch zu schaffen. Ich versuche ja hier, bis so weit es geht, äh, 300 Alu zu spielen auf den Schar. Habe ich jetzt schon ein, zwei Tage verpasst, ist jetzt aber auch nicht das, äh, Ende der Welt, sag ich mal. Wenn ich jetzt hier mal irgendwie, keine Ahnung, sag mal, ja, weiß ich nicht, so 50 Alu mal nicht, äh, ne, und so, kann immer mal passieren. Ja, das ist jetzt nicht so dramatisch auf dem Charakter hier. Ähm, wo ich aber hier ganz gut dabei bin, das ist in der Festung tatsächlich. Ich habe jetzt, ähm, kurzerhand ganz schnell mal meine Edelsteine, äh, meine Edelsteinmine auf Stufe 10 gezogen. Die hingen lange Zeit hinterher und, ähm, ja, hier muss ich sagen, wenn ich mit den Festungskämpfen, da bin ich echt, äh, echt aktiv am Machen. Ich, äh, wir gucken gleich mal in die Ehrenhalle, wo wir uns hier befinden. Ich hatte jetzt lange Zeit meine Soldaten, ähm, ausgebaut. Das heißt, ich habe hier jetzt 33 Stück am Start. Also die Kaserne ist auf Stufe 11, die Festung baut jetzt auf Stufe 12 aus. Und, ähm, ja, habe da, äh, relativ großen Fokus drauf gelegt. Und ich meine jetzt nicht damit das Auto, ähm, wie jetzt vielleicht der ein oder andere, äh, ja, fälschlicherweise gedacht hätte. Ähm, ja, und habe mich dann relativ viel darauf konzentriert, dann meine Gegenangriffe hier zu machen. Also Teilschutz, Taktik, Edits Best, damit man in der, in der Ehrenhalle so weit wie möglich vorne steht. Und natürlich auch, ich habe meine Festung eben gerade, ähm, ja, in die nächste Stufe sozusagen im Ausbau, äh, gestartet. Und ich habe immer noch, ähm, ja, mehr als genügend Ressourcen am Start. Das ist auf jeden Fall ein befriedigendes, ein befriedigendes, fuck. Ein schönes Gefühl, äh, ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, noch immer in Plus zu sein mit den, äh, Ressourcen, obwohl man gerade seine Festung auf das nächste Level ausgebaut hat. Ja, weil dann wird es ja immer schon meistens kritisch, weil das benötigt ja am meisten, äh, am meisten Ressourcen. Und ja, von der Warte her kann ich mich da wohl eher weniger beschwerden, würde ich sagen. Ja, zumal zum Anfang geht das noch immer relativ gut. Da sind hier Leute dabei, ähm, ja, mit denen trifft man sich relativ oft hier in der Festung. Geben auch relativ gut, äh, Ressourcen, muss ich sagen. Es sind meistens immer dieselben. Man kämpft sich hier gegenseitig sozusagen in der Ehrenhalle hoch. Das ist ganz nice und deswegen verliebt man sich da auch, äh, nicht aus den Augen so schnell, sag ich mal, ja. Und deswegen hat man hier immer seine Leute, die man zum Beispiel hier der gute Lunch Money, ja, äh, man kennt ihn, ähm, die man sich denn hier so hoch, äh, die man dann abfarmen kann. Mehr oder weniger, natürlich, ne. Wir haben ja beide was von. So. Greifen wir erst noch schnell an und dann sind wir nämlich hier gleich erstmal wieder fertig mit den Angriffen. Und dann gucken wir mal weiter auf den Server, was wir hier noch in der Zwischenzeit so geschafft haben. Ich glaube, meine Kombo mit dem Bärserker habe ich jetzt immer noch nicht übertroffen. Also zumindest habe ich es jetzt nicht auf Video festhalten können. Kann sein, dass ich das mal irgendwie überskippt habe oder so mal einen Kampf, ähm, wo das denn, äh, ja, wo ich dann mehr als eine 9er Kombo hatte. Aber bisher, ähm, ja, kam dann an diese Kombo, die ich dann aufgezeichnet habe, die 9er Kombo, ähm, kam jetzt so erstmal noch nix ran. Wie gesagt, es sei denn, ich habe, äh, das verpasst. Ja, das kann natürlich auch sein. So, ähm, haben wir es erstmal. Jo, ähm, dann gucken wir mal weiter. Ähm, Sammelalbum, ja, geht besser. Ich weiß, ich weiß, ich habe immer noch sehr viele Items, die ich, äh, noch nicht gesammelt habe. Hat ein bisschen was mit Foul-Kai zu tun. Bin ich ehrlich, ja, ich bin jetzt nicht der Sammelbuch, ähm, aktivste. Hätte man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr rausholen können. Äh, Battlemage nochmal ganz kurz gucken hier. Äh, drängt sich schon wieder ins Bild. Ähm, ja, hätte man auf jeden Fall ein bisschen mehr rausholen können. Ich bin jetzt aber auch nicht so tryhardmäßig auf dem Server hier unterwegs. Ich werde immer noch weiterhin meine 300 Alu zocken, um einfach mal zu sehen, was das denn für einen Unterschied macht. Denn in der Zeit, während die anderen hier full tryhard gehen, und ich hier einfach nur mit meinem Berserker halt, ähm, ja, 300 Alu spiele mit einem 50er Mount. Mehr mache ich im Prinzip eigentlich nicht hier auf dem Server, ja. Wir können mal am Glücksrad drehen, hoffen vielleicht, ähm, auf Pilze. Das wäre famos. Schade. Da haben, äh, sind die Lucky Coins auch schon wieder aufgebraucht. Und dann können wir mal einen Gegenstand hier tatsächlich mal in die Toilette werfen. Wir nehmen... Ja, es ist minimal besser. Lohnt sich jetzt aber nicht wirklich... Ach, ich habe schon wieder vergessen zu verzaubern. Ich vergesse es jedes Mal. Tut mir leid. Ja, ich vergesse es wirklich. Jedes Mal. Falsche Klasse. Hier, du kommst hier hin. Wir sind dabei, gerade die, ähm, die Begleiter auszurüsten, da ich ja schon den Turm hier freigeschaltet habe. Jetzt wird erstmal lange Zeit eine Flaute-Phase, äh, herrschen. Da ich ja mich mit meinen Tränken gut weit nach vorne geboxt habe in den Dungeons. Ja, und dadurch, äh, ja. Habe ich ja jetzt, äh, einen Nachteil, weil die ja jetzt abgelaufen sind. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich mich eigentlich, ich sag mal, unfairerweise hingeschmuggelt habe mit, äh, Tränken. Und jetzt stehe ich da hier ohne, ohne Tränke. Also auch an die Leute aus meiner Gilde hier. Nicht denken, dass ich hier inaktiv bin oder so. Ihr seht das ja. Ich bin ja immer aktiv am Start. Ähm, im Gegensatz zu anderen Leuten hier in der Gilde sehe ich gerade. Äh, hier sind ja gar nicht mehr so viele, Alter. 34 Mitglieder nur noch. Das ist ja belastend irgendwie. Also das, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, seitdem ich hier in der Gilde bin, äh, sind die, sind die, äh, Leute hier abgehauen. Ja, habe ich das Gefühl. Ähm, weil ich, als ich hier reinkam, waren nämlich 50 Leute drin gewesen. Was ist da los? Ja, äh, was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Genau. Äh, Tränke sind jetzt nicht mehr am Start. Muss ich jetzt erstmal wieder warten, bis ich einen Flügel dran kriege. Dann wird wieder durchrasiert. So lange, ähm, mache ich mich hier an den Pet zu schaffen, ja. Ähm, Pet-mäßig bin ich auch ein bisschen, ein bisschen, äh, hinterher, würde ich sagen. Ähm, aber es geht noch. Bei Erde habe ich jetzt lange Zeit verschissen, deswegen habe ich hier auch viele, ähm, Äpfel am Start. Da ich lange Zeit, also ich, äh, bei Erde wollte ich halt hier auf Nagelzahn gehen und nicht auf Lilipon. Und ich hatte irgendwie Marmotorn zum Anfang irgendwie versehentlich gefüttert gehabt. Ja, und hatte mit denen halt Nagelzahn hier gelegt und, ja, das hat halt ein bisschen gedauert. Jetzt bin ich ihn aber am Füttern hier. Und, ja, dann will ich so ungefähr die gleiche Rotation machen wie hier auf dem Server. Hier, Okodil, Tintak und so, Fluoch. Ging eigentlich relativ gut, sag ich mal. Dauert ein bisschen, aber ist okay. Ähm, so werde ich das hier auf dem Server auch überall handhaben. Und, ja, ich würde sagen, also es läuft eigentlich auf dem Server. Ich kann mich nicht beschweren. Der, der Char macht mir immer noch Spaß. Ich kann mal gucken, habe ich noch ein paar Kämpfe gespeichert hier? Ja, eine Drecksfledermaus. Achso, das bin ich tatsächlich selbst gewesen. Ja, stimmt. Können wir uns mal einen Kampf anschauen hier. Ähm, den habe ich gekämpft, äh, natürlich mit, äh, mit Tränken. Ja, ganz klar. Wir können übrigens auch mal, äh, gucken. Ich glaube mittlerweile, äh, hier ging es mal. In die Mordmaschine. Ähm, ja, da muss ja ein Lucky, äh, Lucky Versuch gewesen sein. Der macht ganz schön Schaden hier. Krass. Aber wir machen auch viel Schaden. Okay, gut. Ähm, äh, nach einer neuen Waffe. Ich glaube, ich habe die Waffe, keine Ahnung. Bevor ich angefangen habe, in den Dungeons so gut zu rasieren, also könnte es gut sein, dass ich jetzt, ähm, so langsam mal wieder eine etwas bessere Waffe bekomme. Aber, äh, ja, da müssen wir warten, bis wir erstmal wieder eine bekommen, ne? Logisch. Ja. Müssen wir schauen, was passiert im Shop und, äh, vielleicht, oder vielleicht finden wir welche auf, auf dem Weg, auf einer Quest oder so. Mal schauen. Und dann, ja, also ohne Tränke geht jetzt sowieso erstmal nichts in den Dungeons. Deswegen werde ich so lange erstmal mich, wie gesagt, auf die Pets hier fokussieren, weil da muss ich sowieso noch ein paar Angriffe machen. Und die sind ja auch schon relativ gut im Level. Das hier, da sind die Pets, die, das ist leichte Beute. Die werde ich mir noch unter den Nagel reißen. Und, äh, ja, so sieht es momentan aus hier auf dem Berserker Server. Keine Angst, ich bin hier immer noch aktiv am Zocken und, äh, ja, bin mal gespannt, wo der hier in ein paar Jährchen steht, wenn ich noch so weitermache mit 300 Alu. Äh, ich werde euch immer auf den Laufenden halten, wie viel hier in den, äh, äh, in den Account, äh, rein investiert worden ist von meiner Seite aus. Und, äh, momentan liegen wir jetzt gerade bei 10 Euro. Könnte sich bald ändern, äh, da mein Greif hier bald, äh, ja, abgelaufen ist. Aber wir schauen mal und wenn ja, dann werde ich es euch im nächsten Berserker Video erzählen. Gut, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es der Fall sein sollte, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen oder einen Kommentar. Und, ja, dann würde ich einfach mal sagen, hau rein und bis zum nächsten Mal.